Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Tja, da habe ich mich vor ein paar Tagen erst über die ganze World Buff Thematik in WoW Classic aufgeregt. In meinem Podcast, könnt ihr euch übrigens auch gerne noch mehr anschauen, verlinke ich euch hier auch nochmal rein. Ist auch auf Spotify am Start, die Links dazu auch in der Videobeschreibung. Da habe ich mich 20 Minuten ein bisschen drüber aufgeregt, beziehungsweise es in Frage gestellt, ob es wirklich so der Sinn sein kann, dass man irgendwie gefühlt die halbe Woche damit verbringt, World Buff zu den aktuellen Raid immer zu holen und dann nicht mal einloggen kann und solche Geschichten. Und ja, wie es der Zufall dann immer so will, ein paar Tage später kommt dann irgendwie Blizzard wieder mit einer fetten Ankündigung an den Start. Und da möchten wir heute mal drüber reden hier. Eine kleine News im Grunde genommen und zwar könnte das wirklich bedeuten, ja, dass sich diese ganze World Buff Thematik in WoW Classic ändern könnte. Dass wirklich mehr Gilden und vor allem auch gute Gilden dazu übergehen könnten, weniger oder eventuell sogar gar keine World Buffs mehr in WoW Classic Raid Content zu verwenden. Und ich werde euch jetzt mal erklären, warum das so kommen könnte. Der europäische Community Manager Kavex hat im europäischen Forum und im amerikanischen Forum, gibt es auch einen Eintrag, ich linke euch die beide mal unten in der Videobeschreibung rein, folgenden Blue Post verfasst. Und zwar hat der gute Herr hier geschrieben, with a hotfix that just went live, we've made the following update. Und das ist quasi die Änderung, die gemacht wurde hier. When using advanced combat logging, also quasi einer Einstellung, die ihr glaube ich im Interface anschalten könnt, dann wird einfach euer Combat Log noch präziser ausgelesen, glaube ich. Das bedeutet, dass WoW Classic, das Spiel, der Client wie auch immer, euer Game, quasi jetzt viel, viel genauer in der Lage sein wird, zu gucken, ob ihr quasi gerade World Buffs aktiviert habt. Also Diamol Buffs, denke ich mal, Oni Buffs, hier wird auch schon gefragt und direkt auch mal die Frage für die Kommentare, ob damit auch der Soundflower Buffs aus Thalwood gemeint ist oder nicht. Ja, gerne mal eure Meinung, ist der gemeint oder nicht. Kein Plan, auf jeden Fall. Der Oni Buffs, der ZG Buffs, denke ich mal, der OG Buffs und ich denke mal der Dunkelmond, ja, Max Buffs wahrscheinlich auch. Und ich hoffe halt auch, die Diamol Buffs, weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen komisch, können quasi von eurem Combat Log viel genauer ausgelesen werden und können auch konstanter während des Raids quasi immer wieder ausgelesen werden. Das heißt, es kann quasi viel genauer überprüft werden, ob ihr die World Buffs am Start habt oder nicht. Und das war's schon. Das waren schon die News. Ja, und jetzt könnte sich der eine oder andere von euch denken, du sag mal die Pfeiler, was sollte denn jetzt die Top-Gilden davon abhalten, trotzdem weiter die World Buffs zu verwenden und trotzdem weiter richtig rein zu ahlen in den Raids quasi, ja. Sehr, sehr gute Frage und jetzt kommen wir zur Antwort. Warum denkt ihr, loggen Gilden, Tryhards, Spieler, wie auch immer, ich ja auch oder unsere Gilder auch, warum loggen wir unsere Sachen? Weil wir uns mit anderen vergleichen wollen, weil wir in sogenannten Rankings oben stehen wollen, ja, weil wir einfach anderen unsere Leistungen präsentieren wollen. Niemand, auch keine Hardcore-Gildel, geht in 20 Minuten durch BWL durch, weil sie da unbedingt in 20 Minuten durch wollen und dann irgendwie, weil es dann wie Abendbrot gibt oder so, keine Ahnung, ja. Sondern man macht das alles, weil man sich mit anderen vergleichen möchte. Und auf welcher Plattform vergleichen wir uns alle? Richtig, auf Warcraft Logs, wo natürlich die Logs auch von euch allen hochgeladen werden. So, und eben diese Webseite hat eben angekündigt, dass quasi mit diesen Änderungen, die hier gemacht werden, es ihnen quasi möglich wird, eine neue Kategorie zu eröffnen. Ein neues Ranking, ja, ein neues Log-Ranking zu erstellen, wo quasi Gilden sich vergleichen können, von ihrer Performance her im Raid, während sie keine World Buffs haben. Und die haben hier auch so eine kleine Umfrage gemacht, die wir uns gleich nochmal gemeinsam anschauen werden und auch gemeinsam beantworten werden, damit ihr die auch alle richtig beantwortet, Leute. Denn, ähm, ich finde diese ganze Thematik wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr cool, wenn es wirklich so kommen würde, dass quasi die Runs, die ohne World Buffs quasi absolviert werden, von der Wichtigkeit her irgendwann mal, ja, wichtiger werden quasi als die mit World Buffs. Weil es einfach viel interessanter wäre und viel spannender und irgendwie auch gerechter, ähm, in Bezug auf die verschiedenen Klassen, weil zum Beispiel die Melee's auch viel mehr von den World Buffs profitieren, als zum Beispiel die Caster. Aber bevor wir uns die Umfragen anschauen, gehen wir quasi nochmal einen Schritt zurück. Im Grunde genommen, ja, erlaubt Blizzard durch diese Änderungen einfach quasi, dass der Combat Log genauer gucken kann, hey, haben diese Spieler World Buffs aktiviert oder nicht? Warcraft Logs wiederum kann deswegen ein neues Ranking erstellen, wo quasi sich die Gilden vergleichen können, ähm, die keine World Buffs im Raid verwenden. Okay, bevor wir zum Fazit kommen, schauen wir uns aber erstmal hier die Umfrage auf Warcraft Logs nochmal an. Wenn ihr da einen Account habt, dann könnt ihr die quasi auch einfach machen, ihr müsst wirklich einfach nur einen Account erstellen und dann wird quasi hier die Umfrage auch direkt gestartet. Genau, die erste Frage und ist auch, finde ich, mit die wichtigste eigentlich von drei hier, should ein No World Buffs Allowed Rankings Category be created on the site similar to the With Skips Category? So, das bedeutet, soll ein Ranking, also die Fragen hier wirklich explizit nochmal die Community eigentlich, die sich auch für die Logs interessieren, deswegen hoffe ich auch, dass da viele von den Leuten, die auch gerne loggen, da auch mitmachen bei der Umfrage. Soll eine No World Buffs Kategorie überhaupt eingeführt werden, also wollen wir das überhaupt oder wollen wir, ähm, quasi primär bei dieser ganzen World Buffs Geschichte bleiben, dass wir uns nur das anschauen, wie die Gilden da performen, ja. Und hier würde ich auf jeden Fall, ich persönlich abstimmen mit Yes, create a new category, also bitte eine neue Kategorie einführen ohne World Buffs, damit wir einfach mal sehen können, wie die Gilden quasi abschneiden, wenn sie keine World Buffs haben. So, wurde übermittelt, wir gehen direkt weiter zur zweiten Frage. So, jetzt, ich übersetze einfach mal, angenommen, es gibt jetzt zwei Kategorien, ja, eine Kategorie für Gilden, die quasi mit World Buffs da reingehen in die Rates und die machen und die irgendwie in einer halben Stunde klären und eine Kategorie quasi, wo die ohne World Buffs reingehen und dann irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde für den Rate brauchen. So, angenommen, wir haben diese beiden Kategorien, dann ist die Frage, welche sollte quasi die, ähm, die natürliche Einstellung sein, wenn ich direkt am Anfang auf die Seite komme, was sollte ich direkt am Anfang sehen? Das Ranking quasi, wo die World Buffs verwendet werden oder eben, wo die World Buffs nicht verwendet werden. Also, im Grunde genommen wird hier abgefragt, wie würdet ihr, die Community, die Spieler, es einschätzen? Was ist wichtiger für euch? Wollt ihr sehen, hey, wer kann am schnellsten BWL mit World Buffs machen? Oder wollt ihr sehen, wer macht am schnellsten BWL ohne World Buffs? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch an der Stelle, ich finde es hier viel interessanter und würde mich hier für die zweite Antwort entscheiden, nämlich, ich würde gerne, die Standardeinstellung sollte sein, ganz ehrlich, wie schnell gehen die Gilden durch die Raids ohne World Buffs durch? Weil ich meine, Blizzard hatte meiner Meinung nach das nie so vorgesehen, dass die Leute vorher noch Diamol rennen und in Felwood irgendwie und es ist einfach das natürlichere, wichtigere Ranking einfach, wie die Gilden in den Raids ohne World Buffs abschneiden. Ich finde es einfach mega geil, dass es quasi hier ermöglicht wird eventuell und deswegen stimme ich auf jeden Fall hier für die zweite Möglichkeit ab und hier kommt auch direkt die Benachrichtigung, dass es quasi auch übermittelt wurde. So, und jetzt kommt hier zu am wenigsten wichtigen Abfrage, wie auch immer, ich finde es trotzdem relativ interessant, weil wir hier uns auch so ein bisschen so in die Zukunft schon begeben, wie das hier weiter gehandhabt wird, einfach mit den Speedruns und so weiter. Hier wird abgefragt, ob in AQ40, also in dem neuen Raid, der quasi demnächst kommen wird in WoW Classic, ob die drei optionalen Bosse, das Bug-Trio, also diese drei Käfer irgendwie, die Käfer-Family oder so, keine Ahnung auf Deutsch, Uru und Vissidus, also quasi drei Bosse, die man nicht machen muss in AQ40, aber machen kann, ob die quasi in so ein Speedrun-Ranking auf Warcraft-Logs mit quasi integriert werden sollen oder nicht. Und da würde ich jetzt so vom Bauchgefühl her sagen, ganz ehrlich, Uru und Vissidus droppen beide sehr, sehr wichtige Sachen. Das heißt, also ich kann mir kaum vorstellen, dass Gilden die nicht machen werden. Ja, und ich würde es eher nervig finden, wenn man einen Speedrun quasi machen würde, wo die nicht inkludiert wären, weil dann müsste man quasi erst die anderen machen irgendwie und dann irgendwie aus der Indie raus und dann die drei noch am Ende machen, keine Ahnung für den Speedrun. Also ich persönlich würde es cool finden, wenn die drei Bosse auf jeden Fall auch mit am Start wären. So Freunde, das war im Grunde genommen auch schon das heutige Video. Ich bin mega gespannt, was ihr in den Kommentaren zu dem Thema schreiben werdet. Sagt mir gerne mal, ob ihr denkt, dass jetzt quasi wirklich da fette Meta-Änderungen im Raid-Bereich kommen werden. Ja, denkt ihr jetzt wirklich, okay, die meisten Leute werden jetzt auf No-World-Buff-Runs umsteigen? Oder glaubt ihr, die Meta wird World-Buff-lastig bleiben? Keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Ich persönlich vermute wirklich, das ist mein Bauchgefühl gerade, die Leute wollen sich immer vergleichen und es ist einfach auch wichtig, dass sie quasi sich im relevantesten Bereich mit anderen vergleichen. Und ich vermute wirklich, dass diese Umfrage, die wir eben gerade gesehen haben, die ist wirklich wichtig, weil wenn sich die Leute quasi in der Mehrheit dafür entscheiden, ey, wir wollen primär auf der allerersten Startseite sehen, hier das Ranking und so weiter, hier, was wir hier schon sehen, wie die Gilden ohne World-Buffs abschneiden, dann werden sich die ganzen Hardcore-Gilden safe umorientieren und sagen, ey, wir wollen direkt auf der Frontpage hier sein und so weiter, wir wollen direkt hier relevant sein irgendwie und nicht irgendwie noch, wenn man noch dreimal klicken muss irgendwie. Das ist so mein Bauchgefühl, ich glaube wirklich, wir haben ja echt eine Chance, dass sich wirklich die Meta ändern könnte und Leute, wie gesagt, ich hab mich vor ein paar Tagen echt drüber aufgeregt und ich fand's einfach mega nervig, jede Woche World-Buffs zu holen. Ich würde es mega cool finden, wenn wir da eine Änderung sehen würden. Schreibt mir gerne eure Kommentare und das Video, ich bin mega gespannt so. Schreibt mir auch gerne nochmal auf, wie ihr so im Speziellen auf die Antworten vielleicht geantwortet hättet, hättet ihr vielleicht die eine oder andere Antwort anders beantwortet, vielleicht die Akku-Geschichte so. Und auch nochmal vielen Dank an Justin Bieber und dem das heutige Video nicht möglich gewesen wäre. Und genau, also ja, vielleicht eine kleine Änderung an der Stelle, die eine sehr, sehr interessante, große Auswirkung haben könnte. Und ich frage mich hier mal, ob Blizzard sowas auch im Hinterkopf irgendwie rafft, dass sie damit solche Änderungen hervorrufen oder ob die das nicht raffen. Das ist auch eine spannende Frage. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung zum Thema ist, Leute. Bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao. Ciao, ciao.